Wenn wir jetzt mal über mögliche Auslöser eines Blackouts reden, unabhängig davon, dass jetzt die Gasspeicher leer sind, wie gefährlich ist denn zum Beispiel ein Sonnensturm, als sowas passieren würde und dann die komplette Elektrizität oder die technischen oder elektrischen Geräte zerstört und so weiter. Ist das wahrscheinlich oder eher ist es unwahrscheinlich? Ja, es wird von der NASA als Top-Risiko eigentlich gelistet und wir hatten ja schon solche Ereignisse in der Vergangenheit, das Kerrigan-Event 1859, wo dann die Telegraphen und so weiter geschmolzen sind. Würde das heute Infrastruktur treffen, dann hätte man Reset, weil dann ist die Infrastruktur zerstört und dann ist einfach Reset. Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem spannenden und informativen Folge. Marc spricht mit. Heute Herbert Sauruck. Hallo Herbert. Hallo Marc. Ja, wer ihn noch nicht kennt, der muss ihn jetzt kennenlernen, deswegen ist dieses Video so essentiell, weil also Herbert ist wirklich ein Spezialist in seinem Fache und zwar ist er internationaler Blackout- und Krisenvorsorge-Experte. Ja, ihr hört richtig und es geht mir nicht nur um die Vermögenssicherung, sondern auch um die Krisenvorsorge generell, weil in der Not, wie gesagt, da bringt einem Bitcoin, Gold oder Aktien gar nichts, Essen trinken, das ist wichtig und ohne Strom bricht unsere komplette Zivilisation zusammen. Ich habe auch schon ein Video zu einem möglichen Blackout gemacht, das findet ihr, glaube ich, hier oder hier, müsst ihr mal gucken und so. Aber Herbert beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesem essentiell wichtigen Thema. Er ist nämlich auch seit 2019 Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Das ist schon mal was wir in Deutschland, glaube ich, gar nicht haben. Und natürlich ist er auch Autor von mehreren Fachpublikationen, gefragter Redner natürlich. Und er ist Trainer und Prozessbegleiter für die Vorbereitung auf den Ausfall von Infrastrukturen und generell. Also ich kann noch weitererzählen. Du warst 15 Jahre lang Berufsoffizier im österreichischen Bundesheer, zuletzt auch für Cybersicherheit zuständig. Seit 2011 beschäftigst du dich auch mit dem Thema bezüglich Vernetzung und Komplexität des Stromnetzes. Also ihr seht schon, er ist wirklich tief im Thema drin, tief in der Rabbit Hole, ein wahrer Experte. Habe ich irgendwas vergessen, Herbert? Das passt so. Ansonsten schneide ich es rein, gar kein Problem. Genau. Und ihr findet natürlich alle wichtigen Informationen auf seiner Webseite. Die werde ich unten verlinken, kann ich nur empfehlen. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf ein extrem spannendes Gespräch mit dir, Herbert. Ich habe mich wirklich vorbereitet und habe viel Zeit mit dir jetzt gebracht, weil ich viel über dich gelesen habe, von dir gelesen habe. Viele Videos angeschaut habe, auch Podcasts angehört habe. Und deswegen war es mir einfach wichtig, dich hier jetzt meinen Zuschauern, meinen Abonnenten vorzustellen und über dieses wichtige Thema zu sprechen. Vorab, das Thema, das natürlich jeden interessiert, kommt ein Blackout. Ja, das wissen wir zum Glück nicht oder leider. Ja, aus der Rückschau in der Vergangenheit gab es ein solches Ereignis noch nicht. Und das ist auch wichtig zu definieren, was man darunter versteht. Und wenn ich von einem Blackout spreche, dann geht es um einen plötzlichen, überregionalen, das heißt weite Teile Europas betreffenden und länger andauerten Strom. Das ist das Auslösereignis. Aber vor allem Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und der Versorgungsausfall ist das, was besonders kritisch wird für uns als Menschen, als Gesellschaft und es uns viel zu wenig bewusst ist. Und auch ein wichtiger Zusatz ist, eine Hilfe von außerhalb ist nicht möglich. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt, das, was wir jetzt vorbereitet haben und verfügbar haben. Ja, und in Europa gab es das eben noch nicht. Und da kann man das schwer aus der Vergangenheit evidenzbasiert irgendwie ableiten, wie wahrscheinlich ist das oder kommt es. Ich beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren damit. Und so wie die Entwicklungen bisher gelaufen sind und das, was in den nächsten Monaten und Jahren geplant ist, vor allem auch in Deutschland, fürchte ich, dass wir sowas erleben werden. Die Fachexperten sagen, na, vielleicht doch nicht so wahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist es nicht. Und das ist der Punkt. Das ist möglich. Ob es jetzt wirklich in kürzerer oder späterer Zeit passiert, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, wir sind nicht vorbereitet. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Ja, für mich ist ja die Frage eher nicht, ob ein Blackout kommt oder ein Stromausfall, sondern lediglich wann. Weil du hast schon richtig erwähnt, vor allem wir in Deutschland haben ja die Energiewende eingeläutet, aktionistisch völlig übereilt wegen Fukushima und möchten jetzt vor allem jetzt auch mit der neuen, rot-grünen, gelben Regierung sogar bis 2030 den Kohlestrom auch noch sozusagen ad acta führen. Aber wir haben noch keinen adäquaten Ersatz. Und für einen Wirtschaftsstandort, für einen Industriestandort ist es natürlich essentiell, dass er eine sichere, robuste und eigentlich auch günstige Energieversorgung hat. Und wir machen genau gerade das Gegenteil. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich habe auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, dass es aus dem Grund haben wir den höchsten Strompreis der Welt mit 32 Cent pro Kilowattstunde, Tendenz weiter steigend. Aber jetzt hast du schon gesagt, uns kann keiner von außen helfen. Ich meine, kannst du uns mal das Verbundnetz in Europa erklären oder wie? Also du siehst auch eine Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout kommen kann. Aber wie funktioniert das europäische Stromnetz, Verbundnetz? Weil da hat dann wirklich keiner eine Ahnung. Jeder denkt, ja gut, dann macht es halt die EnBW hier in Baden-Württemberg. Und genau, also klär uns da mal bitte auf. Ja, wir haben oft den Eindruck, zumindest wird das so kommuniziert, es geht um ein nationales oder regionales Stromnetz. Aber wir sind Teil eines europäischen Verbundnetzes, bestehen aus 36 Mitgliedsländern. Und es geht von Portugal bis in die Osttürkei und von Sizilien bis nach Dänemark. Also das ist das gesamte europäische Kernverbundsystem mit Vernetzungen auch zu anderen Regionen. Aber das ist ein System. Und das eben nur als Ganzes funktioniert. Und wenn es eben größere Störungen geben sollte, dann kann man das eben zu großflächigen Ausfällen aufschwören. Und das andere ganz Wichtige dabei ist, technisch Wechselstrom funktioniert so, dass man immer genauso viel erzeugen muss, wie man gerade verbraucht. Also das muss sich immer im Waage halten. Und das wird mit diesen 50 Hertz gemessen, die dann aus der Steckdose kommen. Und die Schwierigkeit eben bei der Energiewende ist, dass ich bisher große, verlässliche, berechenbare und steuerbare Großkraftwerke hatte. Und jetzt mit dem Umstieg auf Erneuerbare habe ich aber eine Situation, wo ich einerseits halt keine verlässliche Erzeugung habe, weil halt PV nur am Tag funktioniert, wenn und der Wind dort auch sehr launisch ist. Und uns fehlt vor allem diese Steuerungsfähigkeit und vor allem die Speicher, um das ausgleichen zu können. Und das ist das große Thema und nicht der Erneuerbaren per se. Das ist auch nicht der Schuld der Erneuerbaren, sondern eigentlich eine falsche Regulierung und der Anreizung. Weil wenn man das gleich als funktionale Einheiten designt hätte, dann würde das alles funktionieren. Und der zweite große Teil, der eben problematisch wird in den nächsten Monaten, ist, dass in Deutschland große Mengen an Atom- und Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Also die letzten sechs Atomkraftwerke und auch doppelt so große Menge Kohlekraftwerke. Und die haben aber eine ganz zentrale, wichtige Rolle auch, weil die Generatoren, das sind die großen Schwungmaßen, die den Strom erzeugen, auch momentan Reserve genannt Speicher sind. Weil die permanent einfach, wenn es ein bisschen zu früh ist, ein bisschen schneller rennen, wenn es wenig da ist abbremsen. Und damit halt diese Laststöße, diese Unterschiede zwischen Einspeisung und Verbrauch ausgleichen. Und wenn man da einfach große Mengen rausnimmt, dann wird das System fragiler. Das heißt, im Alltag kann das durchaus gleich stabil scheinen. Aber es kommt dann irgendeine Störung dazu, die nicht vorher gesehen war. Und dann kann das wirklich rasch zu einer Eskalation und zu einer Kettenreaktion führen. Und das betrachte ich als besonders gefährlich da in den nächsten Schritten. Es wurde jetzt auch in den letzten Tagen von Embryon angesprochen, eben mit dem geplanten Kohleausstieg bis 2030, dass man da massivst umbaut und eben das System anpassen müsste. Und es nicht eben nur reicht, die Kohle abzustellen und der PV und der Wind aufzustellen, sondern man muss das Gesamtsystem anpassen. Und wir haben zum Beispiel jetzt am 16. November, das habe ich gerade ausgewertet, auch die Situation gehabt, dass von 123 Gigawatt installierter Leistung 0,2 Gigawatt erzeugt worden sind. Also de facto 0. Und Deutschland hat es auch im Verbrauch zwischen 60 und 80 Gigawatt im Tagesverlauf. Also deutlich mehr ist installiert, aber das sagt eben nichts aus über die Verfügbarkeit. Und entscheidend in diesem System ist halt nur die Verfügbarkeit, weil die Stabilität während 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr ausgeglichen sein muss. Und wenn das nicht ist, dann kann es zu diesen großen Ausfällen kommen. Es gibt dann natürlich eine Reihe von Sicherheitsmechanismen, damit das nicht gleich passiert. Aber ich sage immer, das wird zum Teil derzeit durch den Strommarkt korrumpiert oder auch durch politische Vorgaben. Und damit wird das System einfach fragiler. Und daher sollten wir auch mit sowas rechnen. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, weil Sie wissen tatsächlich die wenigsten. Ich wusste es auch nicht, bevor ich dann dich kennengelernt habe, als auch mich dann in das Thema reingegeben habe, um Research zu betreiben, für mein Video zum Thema Blackout. Dass praktisch das europäische Verbundsnetz, ja, also es ist mehrere Länder sind, wie du schon gesagt hast, also wirklich von Portugal bis nach Ost-Türkei. Und wenn dann irgendwo was passiert, dass wirklich eine kleine Schaltstelle irgendwo umkippt, dass dann das ganze Netz eigentlich beeinflusst werden kann. Und das ist gar nicht so selten. Also es ist öfters mal was passiert. Wir hatten den Vorfall in Kroatien, wo dann das Netz in westeuropäisch und osteuropäisch aufgeteilt wurde als einer dieser Sicherheitsmaßnahmen, dieser Kaskaden, die du erwähnt hast. Jetzt ist natürlich spannend zu wissen, erstens, welche Kaskaden sind das? Also welche Puffer hat man? Welche Möglichkeiten hat man dann, das System sozusagen Schritt für Schritt zu sichern? Wenn du die erwähnen könntest, wäre super. Und was glaubst du, ist die größte Gefahr in diesem Verbundnetz, welches ein Blackout vielleicht auch, ja, vielleicht sogar deutschlandweit oder europaweit auslösen könnte? Ja, es gibt eben Sicherheitspuffer drinnen, so wie in Kroatien am Archten Jena, wo einfach, wenn ein Toleranzbereich überschritten wird, sich die Betriebsmittel aus Eigenschutz abschalten. Normal ist es so, dass dann die Last halt einfach auf andere fließt und das durch das Netz auch ausgeglichen werden kann. In dem Fall war das Problem, dass das so große Last war, dass 13 weitere Umspannwerke überlastet worden sind und die sich auch abgeschaltet haben und es zu dieser Netzauftrennung gekommen ist. Die zweite Großstörung heuer war am 24. Juli in Frankreich ausgelöst. Da gab es einen Flächenbrand und eine Hochspannungsleitung, die nach Spannen geführt hat. Das hat entweder durch ein Löschflugzeug oder durch die Partikel zu einem Kurzschluss geführt. Das wurde beherrscht, weil es da eben Sicherheiten drinnen gibt. Aber es gab dann eine Resonanzeffekt-Situation, wo sich was aufgeschaukelt hat und dann haben sich plötzlich alle Leitungen nach Spanien aufgetrennt auch und die bärische Halbinsel war abgetrennt. Und da musste man zwei Millionen Haushalte in Spanien abschalten, damit es nicht zum Blackout kommt. Das war schon ziemlich scharf. Okay, wie lange, darf ich fragen, wie lange die abgeschalten wurden? Rund eine Stunde, also das war relativ kurz. Und damit auch beherrschbar, aber es gab dann doch Folgestörungen, zum Beispiel bei Computerkassen, die über Stunden nicht mehr funktioniert haben. Also solche Abschaltungen, das sind eben solche Notmaßnahmen, um das Blackout zu verhindern. Die größte Abschaltung war 2006, ausgelöst in Norddeutschland durch eine planmäßige Leistungsabschaltung und 19 Sekunden später waren 10 Millionen Haushalte in Westeuropa finster. Wirklich finster, weil es in der Nacht war, zum Glück rechtzeitig und die Netzbetreiber haben daraus sehr viel gelernt. Bis dorthin hat man auch geglaubt, das gibt es nicht. Und daher wurden immer mehr Sicherheitsmaßnahmen eingezogen. Und auch die Kommunikation, das war auch ein Problem damals war 2006, der Austausch untereinander, der wurde wesentlich verbessert. Und auch heute gibt es Computersimulationen, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab, also auch von der technischen Möglichkeit. Und allein in Österreich werden am Tag 300 solche Simulationen durchgeführt, um kritische Situationen hoffentlich rechtzeitig zu erkennen. Aber, das ist halt immer der Punkt, es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das sagt auch die Branche selbst. Wir versuchen natürlich das Bestmögliche, um das zu verhindern, aber völlig ausschließen kann man es nicht. Und es gibt kein System, das nicht ausfallen kann. Das ist einfach der Punkt. Jetzt hast du gerade gesagt, 300 Simulationen pro Tag. Ist das überall gang und gäbe oder nur in Österreich ein Standard, weil man da besonders sozusagen sensibel für das Thema ist? Ja, wir sind auch mitten in diesem System, und der ja auch von den Lastflüssen von den Nachbarländern abhängt, so wie die Schweiz. Da ist wahrscheinlich mehr notwendig, aber ich nehme an, dass es auch in anderen Ländern ähnliche Simulationen gibt. Es gibt auch in München zum Beispiel ein Zentrum, wo 14 Übertragungsnetzbetreibende Daten instant hinliefern, wo das zusätzlich laufend simuliert wird, um genau solche kritischen Aspekte zu erkennen. Aber wie der 8. Jänner oder auch dann der 24. Juli gezeigt haben, es wurde nicht erkannt, sondern es ist dann passiert. Aber gut beherrscht worden. Also das muss man sehr wohl unterstreichen. Es gab noch ein drittes Ereignis heuer am 17. Mai in Polen, wo das größte Kohlekraftwerk ausgefallen ist, auch wieder durch einen Fehler in einem Umspannwerk, wo man auch dann gesagt hat, eigentlich hätte das nicht passieren dürfen, weil das nicht vorgesehen ist. Und leider ist es halt immer wieder so, dass etwas passiert, das nicht vorgesehen ist. Und bei den Großstörungen, diesen Netzauftrennungen, muss man dazu sagen, die zwei waren zwei von insgesamt fünf in den letzten Jahrzehnten. Also schon eine gewisse Häufung auch. Das kann jetzt Zufall sein oder vielleicht doch irgendein Hinweis. Vor allem das zweite Ereignis, das war eher blöder Zufall wahrscheinlich. Aber wir sollten es doch durchaus als Warnzeichen auch wahrnehmen. Was ist da deine persönliche Meinung? Glaubst du, dass die Netzbetreiber, die Stromnetze stabiler, robuster werden durch diese Erfahrungen, dass diese Krisen als Chance genützt werden, um es noch besser sozusagen abzusichern? Oder glaubst du, ja gut, Österreich, Deutschland kann zwar viel machen, werden auch viel machen, aber es gibt Länder, die vielleicht nicht sozusagen den Werf haben oder auch die finanziellen Mittel haben, wie vielleicht Portugal, Griechenland oder auch Italien, die sagen, ach komm, passt schon irgendwie, die vielleicht nicht so preußisch korrekt arbeiten, wie jetzt zum Beispiel die Deutschen. Also wie ist da deine persönliche Meinung? Also die Branche ist sehr wohl interessiert, daraus zu lernen und macht das auch. Also es gibt da umfassende und auch länger dauernde Prozesse, um diese Störungen aufzuarbeiten, die dann auch abgestimmt werden. Und dann gibt es auch To-Dos draus. Und das ist halt dann die Frage, ob die To-Dos immer alle umgesetzt werden. Und da sind mir halt auch Informationen aus Deutschland bekannt, wo gewisse To-Dos aus der Vergangenheit nicht umgesetzt wurden. Also man muss immer unterscheiden, Übertragungsnetzebenen natürlich. Also die versucht natürlich, ihr Bestmögliche zu machen, die ja auch Systemverantwortung tragen. Aber die brauchen auch das Mitspiel aller anderen Akteure, nämlich der Parteienetze, der Kraftwerk und so weiter. Und da habe ich erst wieder erfahren, dass vor allem im Kraftwerksbereich in den letzten Jahrzehnten, so wie Überrohr, sehr hohe betriebswirtschaftliche Optimierung stattgefunden hat. Das heißt, es geht vor allem ums... Das war die nächste Frage gewesen, ja. Und nicht mehr so um die Systemsicherheit. Und daher gibt es ja mittlerweile massivste Schwachstellen, die vor allem beim Zwischenfall dann sich schwerwiegend auswirken können, beim Wiederherstellen des Ganzen. Genau, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, in den letzten Jahrzehnten wurde viel privatisiert. Also Strom, Gas etc., PP, Energieversorgung. Und natürlich Maximierung des Gewinns, Shareholder-Value und so weiter sind da große Themen oder Manager, die halt vor allem daran verdienen, ihre Bonus verdienen, indem sie natürlich Kurssteigerungen für die Aktien generieren oder halt möglichst gutes, dickes Plus unter der Bilanz stehen haben. Und natürlich sparten wir dann gerne mal an solchen unbeliebten Themen, die halt nie eingetreten sind, wie Blackout oder Infrastruktursicherheit, Cybersicherheit etc., PP. Und da hat man wahrscheinlich die Infrastruktur lange sozusagen stiefmütterlich behandelt. Und dementsprechend kann natürlich das sich akkumulieren in dann solchen Events wie in Kroatien, wie in Polen. Und dann natürlich auch teilweise der Druck, vielleicht auch in Südeuropa, die halt dann so ein bisschen lockerer sind oder so. Weil es bringt ja nichts, wenn es Deutschland, Österreich und so weiter, die Schweiz alles richtig und akkurat machen. Wenn ja nur irgendwo ein Dominostein umkippt, dann kann das ja eine Kettenreaktion auf ganz Europa haben. Und du hast jetzt schon erwähnt, diese Kaskaden der Sicherheitsmaßnahmen sind gegeben. Es gibt eine automatische Abstellung. Es gibt eine automatische Aufteilung der Netzwerke. Es gibt auch manuelle Möglichkeiten, wie dann damals in Frankreich und Spanien, dass man einfach zwei Millionen Haushalte, manuell wahrscheinlich war das, automatisch, auch automatisch. Okay, gut. Gibt es da noch weitere wichtige Kaskaden, die man berücksichtigen muss, die du noch erwähnen möchtest, um den Menschen da draußen noch Sicherheit zu geben? Gibt es noch jemanden, der dann permanent 24-7 am Bildschirm ist und dann sagt, okay, jetzt per Knopfdruck kann ich was machen? Ja, also es gibt eben diese Übertragungsnetzbetreiberinsatz am 43 hier in Deutschland zum Beispiel, die eben ihre Kommunikation und ihren Austausch massiv verbessert haben. Das heißt, die haben große Schirme, wo sie auch sehen, wie ist die Situation gerade in den Nachbarregionen, um eben über den Tellerrand zu schauen und um ihre Probleme auch frühzeitig zu antizipieren. Das heißt, aufzunehmen und möglicherweise dann Selbstsicherheitsmaßnahmen zu treffen. Also da passiert wirklich sehr viel. Also man kann sagen, die E-Wirtschaft versucht wirklich alles, was möglich ist. Gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass irgendeine übersehen werden oder halt dann nicht so laufen, wie geplant. Und damit wird natürlich die Wahrscheinlichkeit verringert, aber gleichzeitig nicht ausgeschlossen. Und das ist wieder der Punkt. Und wenn es nicht ausgeschlossen ist und man aber nicht geübt ist, mit dem umzugehen, dann fehlt die Handlungskompetenz. Also auch hier wieder die Netzbetreiber üben das regelmäßig an einem Simulator in Duisburg, diesen Netzwiederaufbau, diese Kommunikation und alles. Nur in den anderen Sektoren gibt es das nicht. Und das ist das Problem. Also die Auswirkungen in den anderen Sektoren sind wesentlich größer. Und wenn das Stromausfall auch nur Stunden dauern, sollte, weil es vielleicht doch nicht zu groß ist und man dann halt das rascher wieder herstellen kann, muss man damit rechnen, dass es massivste Folgeprobleme gibt. Und es gab da wieder einen Vorfall, aber es gab schon mehrere, wo einfach eine Viertelstunde Stromausfall in einem großen Unternehmen 20 Millionen Euro Schaden ausgelöst hat. Oder Ausfall eines Steuerrechners in einem komplexeren Umfeld dazu geführt hat, dass die ganze Fabriksanlage heruntergefallen werden mussten und dann 50 Millionen Euro Schaden durch den Stillstand beursacht hat. Und das sind einfach die Dinge, die völlig unterschätzt werden, diese Folgewirkungen eigentlich. Und dass das auch dann oft nicht gleich wiederherstellbar ist. Und das Beispiel jetzt ist aktuell auch in Deutschland letztes Jahr mussten zwei große Schlachthöfe wegen Corona-Infektionen gesperrt werden. Und der eine war einen Monat gesperrt und hat 18 Wochen gebraucht, bis der wieder eine volle Kapazität hat. Und diese zwei Schließungen haben dazu geführt, die waren im Mai und im Juni, dass bis Ende 2020 eine Million Schweine nicht rechtzeitig geschlachtet werden konnten. Das konnte man dann bis Februar auffallen. Und jetzt ist so die Situation, dass die Kühllager voll sind oder übervoll sind und die gesamte Produktion dahinter, Ferkel aufzucht und ganze Runde heruntergefahren ist. Und jetzt ist das System im Schwingen. Das heißt, die Auswirkungen werden wir erst nächstes Jahr im Supermarkt wirklich merken. Und das wird über Jahre gehen, bis das wird auch stabilisiert. Und wenn das eben großflächig viele gleichzeitig betrifft, dann hat das natürlich Auswirkungen, die wir uns nicht vorstellen können. Ja, also kann ich auch kurz was erzählen aus dem Kundenstamm. Und zwar, also die Bauern leiden jetzt schon, die Schweinebauern, weil die Preise kollabiert sind. Die zahlen gerade pro Schwein, zahlen die 30 bis 50 Euro drauf eigentlich, weil halt die Lager voll sind, weil es keine Nachfrage gibt, weil keiner bestellt. Und die, also so krass es klingt, aber es ist für die billiger, die Tiere zu töten, was natürlich moralisch, ethisch unterirdisch ist. Ja, aber da sieht man halt einfach, was für Auswirkungen, was für ein Rattenschwanz sowas haben kann teilweise. Und ich möchte auch jeden mal von euch bitten, der jetzt zuschaut, überlegt euch mal ein Leben ohne Strom. Weil das kann man irgendwie, wir sind daran zugewöhnt, so konditioniert, dass wir wissen, hey, er kommt immer aus der Leitung, wir müssen gar nichts machen. Wir sind da wirklich verwöhnt. Andere Länder kennen das gar nicht. Ja, also egal, ob es Entwicklungsländer, aber auch teilweise in Südamerika gibt es öfter Stromschwankungen, Stromausfälle oder sogar teilweise Blackouts. Aber für uns ist es ein Ding der Selbstverständlichkeit. Wir haben da die völlige Demut verloren und sind da sehr, ja, so selbstverständlich geworden. Ach komm, passt doch schon. Aber es sind so Kleinigkeiten. Also ich hatte auch mal, interessanterweise, einen kleinen Stromausfall war im Haus und dann war die Tiefkühltruhe, Kühlschrank war sozusagen einen Tag lang nicht da. Ich konnte alles wegschmeißen. Das ist nur ein kleiner Schaden, vielleicht für ein paar hundert Euro. Aber jetzt überlegt sich mal jeder, wie abhängig wir eigentlich von diesem Stromnetz sind, von dieser Elektrizität. Und wir reden von Krankenhäusern, wir reden von Schlachthöfen, wir reden von Schulen, wir reden von Hüttenwerken. Ja, ich meine, so eine Aluminiumpfanne, die muss 24-7 brennen. Ja, ansonsten kann man das alles wegschmeißen, es sind Millionenschäden und so weiter. Förderbänder etc. pp. Also unser ganzer Wohlstand, unsere ganze Zivilisation basiert auf Elektrizität, auf Strom. Und wenn der mal weg ist, dann wird es lustig, darüber reden wir gleich. Aber jetzt ein anderer Punkt. Herbert, du warst 15 Jahre lang Offizier im Bundesheer. Und du hast 2020 ein sehr beeindruckendes, bemerkenswertes Statement abgegeben. Und zwar in der sicherheitspolitischen Jahresvorschau hast du gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Blackouts innerhalb der nächsten fünf Jahre 100% sein wird in Österreich. Und zwar hast du gesagt, 100% Blackout-Risiko bis 2025 in Österreich. Und das ist die offizielle sozusagen Aussage eigentlich. Ist das jetzt ein Statement oder ist es tatsächlich eine Einschätzung? Deswegen habe ich am Anfang ja auch gefragt, kommt ein Blackout. Also die 100% stammen nicht von mir, weil dann müsste ich wissen, dass es passiert. Das wurde dort ein bisschen fälschlich dann so kommuniziert. Aber wie gesagt, ich rechne mit durchaus einer sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit. Natürlich, ich habe ja auch keine Glaskugel und es gibt immer Möglichkeit, dass es nicht passiert. Der Punkt ist, wie ich schon gesagt habe, wir sind nicht vorbereitet und das ist das wirklich Gefährliche. Nicht, ob das Eintritt, sondern dass wir nicht umgehen können und wie du richtig gesagt hast, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten ist das durchaus häufiger der Feier und man kann damit umgehen und es ist beherrschbar, wenn man eben die Vorbereitungen getroffen hat und die gibt es bei uns kaum. Ja, also ich muss mich auch korrigieren, also nicht, du hast es gesagt, das Bundesheer hat es natürlich gesagt, aber du hast ja für die gearbeitet lange Zeit und deswegen umso bemerkenswerter, dass sie auch nach deinem Weggang ein paar Jahre später da sensibel sind und um das auch darzustellen, du berätst ja momentan auch das Bundesheer, also du berätst das Militär in Österreich bezüglich der Autarkie. Ja, Autarkie, da gibt es ein eigenes Projekt, aber ich bin in Kontakt und in der Kommunikationsschiene, wo es vor allem um die Kommunikation nach innen geht, also das eigene Personal zur Eigenvorsorge aufzufordern, aber auch nach außen, das ist meine Rolle vor allem, also Leute aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren und zur Eigenvorsorge zu bewegen und wichtig ist dann, dass auch begleitende Projekte laufen und die Eigenhandlungsfähigkeit wieder herzustellen. Aber irgendwie ist es ja irgendwie im Gehen der Österreicher, jeder von uns kennt Mark Elsberg, österreichischer Autor mit seinem berühmten Buch Blackout, wurde jetzt sogar verfilmt als Serie. Du bist Österreicher, das Bundesheer versucht jetzt seine Kasernen stromunabhängig zu machen oder autark aufzustellen. Liegt es in eurem Gehen oder warum? Also ich meine, ich fand Blackout das Buch brillant, genial, erschreckend, ja. Jetzt bist du mit dem Thema sehr intensiv, hast dich auseinandergesetzt und jetzt auch noch das Bundesheer, was da sozusagen jetzt ganz klar sagt, wir versuchen, ich glaube 15 Kasernen sind es, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, 12 Kasernen stromautark zu machen, also als Selbstversorger sozusagen aufzutreten, wenn hier der Blackout kommt. Woher kommt diese Verbindung zu diesem Thema in Österreich? Ich würde sagen, auch ein bisschen Zufall, weil ich habe das Thema zeitgleich wie Mark Elsberg aufgearbeitet, im Rahmen meines Studiums und wir haben uns erst nachher kennengelernt, weil meine Arbeit war im Jänner fertig ganz bald bis März rausgekommen und wir sind seitdem immer wieder im Austausch. Ja, und das war dann einfach meine Entscheidung auch, aus dem Bundesheer auszusteigen, weil damals kein Interesse an dem Thema da war und das auf eigene Faust weiterzutreiben und leider haben die Entwicklungen mir ja auch recht gegeben, weil es hat doch einiges an Veränderungen gegeben und nachdem das halt meine Berufung jetzt ist und ich als Wanderprediger im Dachraum unterwegs bin, ist das natürlich stärker in Österreich jetzt auch in Bewegung gekommen. Es kommt jetzt langsam auch in Deutschland und in der Schweiz etwas dazu, aber es ist halt gelungen, in Österreich auf verschiedensten Ebenen das Thema zu platzieren. Eben diese persönliche Vorsorge jetzt mit dem Bundesjahr, andererseits auch gibt es eine Arbeitsmappe für Gemeinden, die wir entwickelt haben, aus einem Forschungsprojekt heraus, um die Hilfestellung zu geben und nachdem die Medien jetzt auch ein bisschen mehr sensibler sind und das Transportieren, kommt es auch breiter in der Öffentlichkeit an und damit auch das Interesse und auch die Erfahrung, leider sind wir nicht vorbereitet. Ja gut, das System wird ja immer komplexer, immer schwerer durchdringbar, immer abhängiger und deswegen meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert und ich glaube tatsächlich, was du vorhin auch schon gesagt hast, Vorsorge ist besser als Nachsorge, das weiß man in jeglicher Hinsicht, auch gesundheitlich, lieber gehe ich zur Krebsvorsorge als zur Nachsorge, weil dann habe ich es schon gehabt, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und es ist ja egal, ob man es ein, zwei Jahre zu früh gut vorgesorgt hat, weil es ist schlimmer, auch nur eine Sekunde danach nicht vorgesorgt zu haben und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Gespräch führen, dass du deine Arbeit, die wirklich wertvoll ist, da weiter fokussierst und weiter voranbringst und dass wir jetzt auch darüber reden und ich hoffe natürlich, dass viele Menschen dieses Video anschauen und sich zu Herzen nehmen, ich bitte euch jetzt schon natürlich, gebt einen Daumen nach oben, ich freue mich über euer Kommentar, teilt es Video kräftig, damit dieses wichtige Thema auch breit in der Bevölkerung verbreitet wird und natürlich, lasst ein Abo da, ist natürlich auch wichtig und guckt mal beim Herbert auf die Webseite. Ja, aber jetzt natürlich die dringende Frage für jeden, wie kann man sich denn individuell als Privatperson darauf vorbereiten und dann natürlich auch als Gesellschaft, also was empfiehlst du für den einzelnen Zuschauer als auch für die Regierungen? Ja, also das ist relativ einfach und das wird meistens überschätzt, auch in Unternehmen, wo man glaubt, jetzt muss man alles mehr investieren, um alles abzusichern, das macht für so ein Szenario keinen Sinn, sondern es geht einfach um primitives Überleben im ersten Schritt und das betrifft uns alle und es kann eben niemand, Millionen Menschen helfen, wenn die üblichen Strukturen nicht funktionieren und daher ist unsere eigene Vorsorge so wichtig, dass wir einfach in der Lage sind, uns zumindest 14 Tage selbst versorgen zu können. Das betrifft Wasser, zwei Liter pro Person am Tag und je nachdem, wie die Wassersituation ist, in Österreich ist zum Teil doch deutlich besser wie in Deutschland, dann brauche ich nicht für 14 Tage, sondern nur für ein paar Tage was vorhalten. Wenn ich mit mehr Problemen rechnen muss, dann sollte ich lieber ein bisschen mehr vorrätig halten oder Wasserfilter oder Behälter, dass ich es von woanders holen kann. Kurze Frage, Herbert, warum ist die Wassersituation in Österreich besser, weil ihr mehr Quellen habt, mehr Berge habt oder was hast du damit gemeint? Genau, wir haben eigentlich keine Oberflächenwasserentnahme und auch wenig jetzt aus dem Grundwasser, in gewissen Regionen auch und damit haben wir da einfach eine bessere Ausgangssituation. Zum Beispiel Wien hat eben zwei Hochquellwasserleitungen, die vor 140 Jahren die erste gebaut worden ist, wo es noch keinen Strom gab und wo das einfach rein mechanisch fließt. Aber auch da gibt es möglicherweise Probleme in einzelnen Regionen und Häusern, weil wenn die Drucksteigerungsanlage nicht funktioniert oder über den sechsten Stock es dann auch nicht mehr möglich ist, dann habe ich da auch ein Problem. Also auch immer, wenn die Wasserversorgung funktioniert, vielleicht doch ein bisschen ein Wasservorrat zu Hause, aber das ist eigentlich das Wichtigste, weil drei Tage ohne Flüssigkeitszufuhr werden lebensgefährlich. Dann geht es darum, erste Hilfe, Medikamente, wenn ich da irgendwas Wichtiges brauche, wie Insulin oder sonstige überlebenswichtige Medikamente und dann um Lebensmittel. Also das kann, wenn ich meine Kühlgüter rechtzeitig verbrauche, wäre das auch ein Vorrat, aber das muss ich halt dann können. Und es geht dann um Nudel, Reis, Konserven, Dinge, die länger haltbar sind und da ist das Ablaufdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum, wie es richtig heißt, auch nicht so wichtig, weil die Dinge halten Jahrzehnte, die Konserven, Nudeln und Reis halten auch Jahre länger, als draufsteht. Ja, und dann kann man das noch ein bisschen auffetten, Stirnlampen, Taschenlampen natürlich, damit ich halt den Pfingstern mich auch orientieren kann. Dann geht es weiter, sollte ich in der ersten Phase des Stromausfalls kochen wollen, dann vielleicht eine Brennpaste, einen Gaskocher, einen Gasgriller, vielleicht habe ich eh, dass ich das einfach bedenke auch. Dann geht es auch um Müllsäcke und so Hilfsmittel, Müllsäcke halt, weil ich zur Not da auch das als Toilette verwenden kann oder um nicht, oder verdorbene Kühlgüter zwischenlagern kann. Ein Radio, das Batterie betrieben ist oder mit Kurbel oder Autoradio auch, damit ich Informationen bekomme und das wäre schon das Wichtigste. Da möchte ich auch nochmal erwähnen, also ich mache das ja seit Jahren, schon seit 15 Jahren predige ich das, sogar schon fast länger wie du, dass bei der Vermögenssicherung auch immer dazugehört, die Krisenvorsorge, weil ich habe das in Argentinien auch erlebt. Da war ein Staatsbankrott und dann war auch ganz schnell der Strom alle, beziehungsweise man hat die Leitung aufgemacht und es kam erst mal eine braune Brühe, weil dann nicht mehr gefiltert wurde. Also verschiedene Gründe auf jeden Fall. Fakt ist, ich habe damals schon gelernt, wenn irgendwas ist, mach sofort die Badewanne voll eigentlich mit Wasser und guck, dass du immer ein bisschen Wasser zu Hause hast, weil nichts zu trinken, also du kannst wochenlang ohne Essen leben. Es gibt Gurus in Indien, die haben noch nie gegessen, aber trinken ist essentiell und dahingehend gibt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt es eine tolle, tolle, tolle Broschüre, die werde ich unten verlinken, die kann man als PDF kostenlos runterladen beziehungsweise auch sich bestellen kostenlos. Da sind Tipps drin, wie man sich zwei Wochen autark aufstellen kann mit Lebensmitteln, mit Medikamenten. Auch ich habe im Buch da was erwähnt davon und wie gesagt, ich mache das seit über 15 Jahren mit der Krisenvorsorge und ich sage auch, das ist das beste Investment eigentlich mit der höchsten Rendite, weil Essen trinken müssen wir immer. Also wie gesagt, du kannst nicht von deinem Immobilie abbeißen oder auch nicht in deinen Goldbarren beißen. Dahingehend sind da wenige 100 Euro eigentlich so gut investiert, weil man absolute Autarkie erhält. Und die Kunden damals haben in der Honorarberatung immer einen Kopf geschüttelt, als ob es eine Zombie-Apokalypse kommt oder wir sind noch nicht im Mittelalter, aber Pustekuchen, wir sind ganz schnell im Mittelalter ohne Strom. Und dann geht es wirklich darum, habe ich was zum Kauen zwischen den Kiemen und da kann man mit wenig Einsatz, mit wenig Kapital, unglaublich viel Autarkie und Freiheit sich erkaufen eigentlich und das sollte jeder machen. Und wir haben ja auch gesehen im Lockdown im Ersten und Corona und so weiter, wie schnell Grundnahrungsmittel ausverkauft waren. Mehl, Nudeln, Reis etc. pp. Und ja, ich wusste nicht, warum sie das Klopapier gekauft haben, aber gut, wie die Deutschen halt. Aber Fakt ist tatsächlich, da kann man mit wenig Geld viel erreichen. Das ist ein Top-Investment mit einer guten Rendite, weil vor allem auch Lebensmittel in Zukunft im Preis steigen werden. Also da habe ich auch ein Video dazu gemacht, Inflation unbedingt gerne hier anschauen. Wenn die Lebensmittelpreise um 10, 20, 30 Prozent steigen, ich meine, das ist eine Rendite, das kann keine Sparkasse einem garantieren, aber die ist dann garantiert. Und essen, trinken müssen wir nun mal einfach immer. Jetzt ist es natürlich sehr interessant, dass du gesagt hast, dass wir nach einer Stunde zum Beispiel in Spanien wieder zwei Millionen Haushalte angeschlossen haben. Was ist denn der kritische Punkt? Also wo man sagt, okay, wenn es länger als so und so lang dauert, dann ist es wirklich kritisch, weil dann dauert es exponentiell länger, das System wieder sozusagen hochzufahren. Gibt es da einen Wert? Naja, also das Kritische ist eigentlich nicht die Dauer, sondern die Größe des Gebietes. Weil die Dauer, sagen wir jetzt auch im Adal, wo es seit Juli eigentlich keine Infrastruktur mehr gibt, damit kann man auch umgehen. Aber wenn das einfach eine gewisse Größe einnimmt, dann wird es immer schwieriger, das wieder herzustellen. Also und das Problem ist dann, dass man nicht nur einfach einen Schalter umlegt und der Strom ist wieder überall da, sondern man muss sukzessive ein Kraftwerk anfahren, dann eine Last aufnehmen, das nächste Kraftwerk dazuschalten und so vorangehen. Und wenn da irgendwas schief geht, dann kann das wieder alles ausfallen. Und das ist eben die große Gefahr. Also wenn es großflächig ist, das ist entscheidender, wie jetzt die Dauer, wobei auch die Dauer natürlich dann relevant wird. Ja. Meine Einschätzung ist, alles über 72 Stunden Stromausfall ist eigentlich schon sehr kritisch, weil wir dann wissen, dass lokalen Ausfällen, das schwere Schäden in der Infrastruktur, Netzteile, Switches und so weiter drohen. Und das wird dann vor allem ein Problem in der Telekommunikation, also Händefestnetz, Internetversorgung, weil eben nach 72 Stunden der meiste Notstand zu Ende ist. Und wenn der aus ist, habe ich dort diese Schäden. Ich kann aber nicht telefonieren, um Ersatzteile zu organisieren. Noch gibt es diese großen Mengen irgendwo. und dann wird es eben sehr schwierig, auch die Produktion, Logistik und Treibstoffversorgung wieder hochzufahren. Okay. Also sagen wir mal, wir haben jetzt mal einen Stromausfall. Da fangen wir so an. Was ist der Unterschied zwischen einem Stromausfall und einem Blackout, um das kurz dem Zuschauer nochmal zu erklären? Also ein Stromausfall passiert immer wieder, regional oder auch in Wien, dass mehrere Bezirke oder Teile davon betroffen sind. Oder auch privat, wenn die Sicherungen durchbrennen, wie bei mir. Also nicht im Haus, sondern wirklich im Haus. Ja. In der Regel ist es so, dass irgendwann eine Bagger eine Leitung beschädigt oder wenn die Leitung noch objektisch ist, durch Extremwetter Situationen wie jetzt im Winter auch wieder Schnee oder Sturm. Ja. Und dann ist es so, dass halt der Teilbereich kaputt ist und dann kann man Hilfe von außen wieder zuführen, umschalten und dann ist das meiste Gebiet wieder versorgt, nur das letzte Zipfel vielleicht nicht. Ja. Und bei so einer Situation funktioniert auch das meiste andere weiter. Ich kann weg aus diesem betroffenen Gebiet. Es kann Hilfe zugeführt werden und damit ist das beherrschbar. Bei einem Blackout ist es eben so großflächig und es sind alle anderen Strukturen auch betroffen, mein Mobilfunk-Festnetz sind wahrscheinlich binnen Minuten nicht mehr verfügbar und damit funktioniert keine Konditionierung mehr und ich kann eben keine Hilfe mehr zuführen beziehungsweise durch die Größe gibt es die Hilfe ja auch nirgends, die verfügbar ist. Und es sind auch alle dann selbst betroffen. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, also der Herbert wacht morgens auf, geht in die Küche, will sich einen Kaffee machen und merkt erst mal, scheiße, die Kaffemaschine geht gar nicht an. Okay, gut, gucke ich, was ist los? Steckt die drin? Ja, steckt drin. Hm, dann guckst du irgendwie auf die Backofenuhren und siehst, die ist aus. Was ist jetzt los? Also wie verhält man sich dann? Was macht man, um praktisch Schritt für Schritt zu gucken, ist es ein Stromausfall, ist es ein Blackout? Und weil ich habe dann vielleicht auch keine Nachrichten mehr, dann macht man vielleicht das Radio an, hört gar nichts mehr. Also wie würdest du da vorgehen? Ja, also es gibt eine klare Empfehlung von mir, das ist einmal, Strom ist immer weg, dann das Handy hernehmen, schauen, habe ich noch ein Netz? Wenn ja, versuchen jemanden anzurufen, der weiter weg ist und festzustellen, ist es großflächiger. Dann rufe ich dich an. Ja, wäre von der Entfernung her schon passend. Dann Radio einschalten, dazu brauche ich eben ein Partriebetriebenes Radio oder ein Kurbelradio oder auch ein Autoradio oder auch Smartphones älterer Generationen haben noch, wo ich einen Kopfhörer anstecken kann, weil das ist die Antenne, auch ein Radio drauf. Und dann halt schauen Nachrichten und da ist halt, haben wir in Österreich einen Vorteil, wir haben einen nationalen Sender, der ganz Österreich empfangen werden kann, das ist Ö3 und hier werden die Verkehrsnachrichten auch gesendet. Und das ist bei uns der vierte Indikator, bei uns müssen nämlich alle Autobahndunnel zeitnah binnen eineinhalb Stunden gesperrt werden und es wird dann dort kommuniziert und wenn ich das höre, dass das jetzt in ganz Österreich der Fall ist, dann kann ich davon ausgehen, es ist soweit. Es ist natürlich in Deutschland jetzt nicht so einfach, in der Schweiz weiß ich es nicht genau, aber das wäre die Annäherung und ich nehme an, warum werden die Tunnel gesperrt? Weil die Sicherheitsstromversorgung nicht länger funktioniert, also Lüftung, Beleuchtung und so weiter. Gut, und ihr habt ja auch wirklich lange Tunnel. Ja. Okay, macht Sinn. Okay, und also dann, okay, dann haben wir praktisch ein Blackout, ne, dann, ich rufe, weiß ich, du rufst mich an, ich sage, hey, hier ist auch alles dunkel und weißt du, shit, jetzt ist Blackout, was mache ich dann? Mache ich erstmal die Badewanne voll, mache nochmal einen Panikkauf, wobei ich kann nichts mehr kaufen, weil die Supermarktkette, die Supermarktkasse wird auch nicht funktionieren, wird dann geplündert, was kann man dann erwarten? Also der wichtige Punkt, die Badewanne bitte nicht füllen, weil wenn das mehrere Leute gleichzeitig machen, dann ist die Chance groß, dass die Infrastruktur zerstört wird, weil zu viel gleichzeitiger Bedarf ist und dann hat man volle Badewanne, was mache ich mit der? Also das ist eher kontraproduktiv. Okay, gut. Ja, was mache ich dann? Einfach mal schauen, habe ich Geräte eingeschaltet, Bügel, Heißen, Herd und so weiter, die Gefahr darstellen, dass ich das abschalte, am besten auch die Sicherungen herausdrehen oder herunterkippen, damit beim Wiedereinschalten keine Schäden, keine zusätzlichen Schäden an elektronischen Geräten entstehen können. Einen Kreis vielleicht eingeschaltet lassen, damit die Lampe eingeschalten lasse, aber ich merke es, wenn im Umfeld alles leuchtet, wenn das die anderen nicht gemacht haben, merke ich es auch, wenn der Strom wieder da ist. Ja, und dann geht es darum, wohne ich in einem Haus mit einem Aufzug, vielleicht einmal überprüfen gehen, ist jemand eingeschlossen? Wenn nein, auf der unteren Tür dann hinschreiben, Aufzug überprüft, niemand eingeschlossen, dann braucht man da nicht kontrollieren gehen und dann versuchen auch, mit den Nachbarn in Kontakt zu treten, Informationen weiterzugeben und zu schauen, gibt es Menschen im Umfeld, in der Nachbarschaft, die Hilfe brauchen, zum Beispiel Pflegebedürftige, ältere Menschen, die vielleicht in einem höheren Stock wohnen und sich kein Wasser von unten holen können oder was auch immer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach versuchen, dann gemeinsam das Ganze zu bewältigen und gegenseitig zu unterstützen, weil solange wir in Kommunikation, Austausch bleiben, werden Eskalationen ausbleiben. Und wenn man da halt nicht aufpasst und jeder sich auf sich zurückzieht, dann wird das halt schneller zu kippen beginnen. Vor allem die Gefahr ist, weil wir wissen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung sich maximal vier Tage und ein weiteres Drittel maximal eine Woche selbst versorgen kann. Das heißt, die haben da nichts mehr zu essen, sehen, der Supermarkt ist leer oder zerstört und es kommt nichts. Und das macht natürlich nicht unbedingt positiv kreativ. Und wenn das der Fall ist, haben wir halt auch das Problem, dass niemand die Struktur mit hochfährt, wenn ich zu Hause in der Krise bin. Und eher ist diese persönliche Vorsorge für diese 14 Tage so zentral wichtig. Gibt es Maßnahmen von den Regierungen dann auch irgendwie einzugreifen? Gibt es dann Suppenküchen vom Militär oder gibt es dann Verteilung von Lebensmitteln? Gar nichts. Derzeit nicht. Also in Österreich ist es so, das Bundesjahr beginnt jetzt eben diese 12. Jänner und dann in weiterer Folge noch weitere autark zu machen, um mal die eigene Handlungsfähigkeit herzustellen. In Deutschland ist es wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation. Das wurde in den letzten Jahren überall alles eingespart, aufgegeben. Das braucht man alles nicht mehr. Also das ist nicht der Einzelversagen, sondern gesamtgesellschaftlich. Wir haben überall dieses Effizienzsteigen, betriebswirtschaftliche Optimieren in den Vordergrund gestellt. Just in time. Und jetzt ist die Decke verdammt dünner. Und wenn man auch Punkte etwas auf die Reihe kriegt, man kann halt nicht Millionen Menschen helfen. Die einzige Ebene, die funktionieren kann und funktionieren muss eigentlich, ist die Gemeinde. Das heißt, dass ich in der Gemeinde schaue, dass das Wasser funktioniert, das Abwasser funktioniert. Dass ich eine gewisse Gesundheitsnotversorgung auf die Beine stelle, um auch die Krankenhäuser zu entlasten, weil die sind auch nicht auf ein Blackout vorbereitet, sondern nur auf einen Stromausfall. Und dann geht es auch um Lebensmittelnotversorgung. Das heißt, ich habe doch gewisse Ressourcen, Supermärkte zum Beispiel, dass man versucht, das geordnet abzugeben, vor allem die verderblichen Waren schnell, damit die nicht verderben und dann kaputt sind, entsorgt werden müssen. Bis hin zu dem, was verfügbar ist, dass man das einfach geordnet abgibt, um auch die Zerstörung der Einrichtungen zu verhindern. Und dann gibt es durchaus aus der Erfahrung immer wieder in der Region irgendwelche Lebensmittelproduzenten, Bauern oder auch jetzt Lager oder so, und dass man einfach versucht, das, was da ist, irgendwie organisiert in Umlauf zu bringen und halt auch verfügbar zu machen. Also ich glaube, ganz wichtig ist auch der psychologische Aspekt bei der ganzen Geschichte, dass man nicht den Panikgerät Angst bekommt. Und natürlich gibt es dann Zeitgenossen, die dann rabiat sind, die dann anfangen zu plündern oder vielleicht sogar dann Leute, die andere Leute schädigen, überfallen etc., die die Gunst der Stunde nützen, im Schatten der Dunkelheit dann, was weiß ich, den Juwelier aufbrechen oder mal bei der Villa reingucken und so weiter. Aber ich kann immer wieder nur sagen, die Welt da draußen ist besser, als wir glauben. Und ich habe ja sowas schon erlebt. Und natürlich gibt es dann Idioten, die dann anfangen zu randalieren oder sowas zu machen. Aber die Mehrheit der Menschen will einfach friedlich leben und die finden sich dann auch. Und Krisen sind dann tatsächlich auch Chancen, dass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig hilft, tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Und wenn sowas ist, liebe Leute, hört auf den Herbert. Erstmal Ruhe bewahren. Wenn man vorbereitet ist, ist es sowieso entspannt, aber nicht egoistisch und sagen, ha, 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 told you so. Ich bleibe zu Hause, mache meinen Campingkocher an und schaue irgendwie über Nullstromaggregat irgendwelche Netflix-Serien an. Nein, dann rausgehen, der Nachbarin, die 89 ist, die vielleicht keine Möglichkeit hatte, vorzusorgen, zu helfen, gucken, wie geht es meinen Freunden, Bekannten, der Familie, Ruhe bringen, Souveränität reinbringen. Da können wir dann wirklich Menschlichkeit beweisen. Daran zeigt sich auch dann der wahre Charakter der Menschheit und der Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dahingehend, ich werde unten auch viele wichtige, nützliche Links nochmal verlinken, was man dann zum Beispiel machen kann, tun kann, wo man sich informieren kann, etc. pp. Aber ich glaube wirklich, dass es ein Thema ist, das in den nächsten Jahren erhalten bleibt natürlich. Und ich meine, allein, was mich fasziniert hat, Herbert, war Goldman Sachs. Also Goldman Sachs hat gewarnt von einem harten Winter. Warum? Weil die Gasspeicher zum Beispiel in Europa, in Deutschland sehr, sehr, sehr niedrig befüllt sind. Also historisch leer sogar. Und wenn selbst Goldman Sachs vor einem kalten Winter warnt und sagt, hey, wir sehen, wir sehen tatsächlich Chancenpotenzial für einen großflächigen Stromausfall in Europa, dann muss man sagen, kann allein diese Misswirtschaft, dass man die Gasspeicher nicht befüllt hat, tatsächlich sozusagen zu einem Blackout führen? Oder siehst du das anders? Ja, es gibt auch hier leider einen Zusammenhang. Wir haben ja das Problem, dass wir einerseits die Atomkraftwerke, die drei jetzt abschalten, die halb Österreich versorgen könnten. Und eine doppelte Menge Kohlekraftwerke sind heuer schon vom Netz gegangen. Und das heißt, es gibt aber noch genug Gaskraftwerke, die das auffangen können, aber die brauchen Gas. Genau. Und jetzt haben wir das Problem, wenn ein kalter Winter dazu kommt, dass wir dann mehr fürs Heizen brauchen. Dann zusätzlich das Problem mit den Pipelines, die Nord Stream 2, die jetzt nicht geöffnet wird. Die anderen Pipelines, Weißrussland hat gesagt, möglicherweise drehen wir die einfach ab, um Europa ein bisschen zu erpressen. Und Ukraine wissen wir auch nicht. Und vor allem in Deutschland eben der Mehrverbrauch, der absehbar ist, das könnte dann durchaus im Laufe des Winters problematisch werden. Ja. Es gibt auch schon erste Warnungen von der Stromwirtschaft, wo man sagt, wir sind, also der Letzte, der abgeschaltet wird, das ist der Haushaltskunde in Deutschland, da gibt es eben so einen Vorgang. Zuvor wird ein Krankenhaus, ein Kraftwerk abgeschaltet, das heißt, das löst dann eine Kaskade an Problemen aus. Okay. Und das ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass wir in so eine Situation einschlitten. Ja. Ja, wir haben jetzt, eine Zahl ist ganz, ganz wichtig wegen dem Blackout, nämlich 47,5 Hertz. Das ist nämlich praktisch die Blackout-Frequenz. Also wenn die unterschritten wird, dann werden die Kraftwerke zum Eigenschutz abgestellt. Auch das passiert automatisch. Und jetzt haben wir vorhin schon über das Verbundnetz gesprochen, das europäische Verbundnetz. Ist das eine gute Idee oder wäre es nicht besser, wenn jedes Land autark sozusagen in so einer Insellösung leben würde? Was sind da die Vor- und Nachteile? Es geht immer um sowohl als auch. Also die Größe des Systems hat eben dazu geführt, dass es so stabil ist, weil dieses Ausgleichen einfach viel leichter möglich ist. Nur wenn das mal aus dem Gleichgewicht gerät, ist der Schaden umso größer. Also wir haben da durchaus ein System, das so big to fail ist, was wir aus der Finanzwirtschaft auch kennen. Ja. Und das Negativbeispiel war ja im Februar Texas. Texas hat ja auch ein eigenes System und ist eben nicht mit den anderen gut verbunden. Und da gab es eben diese Kältewelle und da musste man, ich glaube, fünf Millionen Menschen auch den Strom für mehrere Tage abdrehen, damit es nicht zum Komplettkollaps kommt. Also in den meisten Fällen ist das ein Vorteil. Nur wenn es eben einmal wirklich zu einer Großstörung kommt mit so einem großen Blackout, dann ist das halt ein Nachteil. Wie, also wenn wir jetzt mal über mögliche Auslöser eines Blackouts reden, unabhängig davon, dass jetzt die Gasspeicher leer sind, wie gefährlich ist denn zum Beispiel ein Sonnensturm, ja, als sowas passieren würde und dann die komplette Elektrizität oder die technischen oder elektrischen Geräte zerstört und so weiter. Ist das wahrscheinlich oder eher ist es unwahrscheinlich? Ja, es wird von der NASA als Top-Risiko eigentlich gelistet. Oh, okay. Und wir hatten ja schon solche Ereignisse in der Vergangenheit, das Kerrigan-Event 1859, wo dann die Telegraphen und so weiter geschmolzen sind. Würde das heute Infrastruktur treffen, dann hätte man Reset. Weil dann ist die Infrastruktur zerstört und dann, ja, dann ist einfach Reset. Dann heißt es wirklich zurück auf los und wirklich von ganz, ganz vorne beginnen. Ich kann nur empfehlen, diesen Vorfall, der war 1859, glaube ich, genau nochmal nachzulesen im Internet, weil hätten wir damals schon Elektrizität im großen Stil gehabt, hätten wir wirklich einen großen Warnhinweis, wie es ablaufen würde und so ein Sonnensturm ist gar nicht so unüblich, wie Herbert es gerade richtig gesagt hat. Das ist einer der Top-Risiken von der NASA, die sagen, es wird wahrscheinlich passieren, also nicht wahrscheinlich, es wird passieren, sagen, wie so war. Es gab noch ein anderes Event 1989 in Kanada, wo auch ein größeres Gebiet, wobei nicht so groß ist, es waren glaube ich sechs Millionen Betroffene oder so weiter, wo durch einen Sonnensturm auch Teile der Strominfrastruktur beschädigt worden sind. Es hängt immer von der Stärke ab, also es kann leichte Störungen verursachen, gar nicht bemerkt sein, aber wenn das ein wirklich heftiges Ereignis wäre, dann wäre das einfach ein Reset. Was ist denn deiner Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario für einen Blackout? Ist es die Komplexitätsüberlastung, ist es, dass irgendwie ein Kraftwerk ausfällt, etc.? Also was siehst du da als wahrscheinlichstes Szenario? Also ein Kraftwerksausfall in der Regel nicht, weil das System N-1 ausgerüstet ist, das bedeutet, es darf immer irgendwas ausfallen ohne, dass das System ein Problem bekommt. Also es muss immer eine Verkettung von mehreren Ereignissen sein und meine Erwartung ist es eben durch diese Komplexitätsüberlastung, durch die verschiedenen Entwicklungen, dass es von sich aus zum Kollaps kommt, weil ich damit auch die geringsten Schäden erwarte. Wenn das ein Extremwetter eigenes, Sabotage oder Cyberangriff ist, dann habe ich natürlich ein viel größeres Problem und es wird länger dauern. Und das, alles was sich zum Thema Blackout jetzt an Auswirkungen kommuniziere, ist eigentlich auf dieses Best-Keszenario ausgelegt. Wobei ich gerade vorher auch eine Diskussion hatte, ob der Stromausfall jetzt einen Tag in Österreich auf europäischer Ebene sechs Tage dauert oder vielleicht doch nur einen Tag auf europäischer Ebene, das wisst man nicht. Das hängt eben von der Ausgangssituation und dann von den handelnden Akteuren und so weiter ab. Also es kann sein, dass auch geringere Stromausfall ist, aber die Auswirkungen in den anderen Infrastrukturen werden sofort da oder zeitnah da und daher ist es gescheit, damit stellt es ein bisschen schärfer ein, auch auf diese 14 Tage Eigenversorgungsfähigkeit und das ist dann vielleicht doch nicht ganz so heftig als umgekehrt. Okay. Die Energiewende, die wir ja jetzt, also die Green Transition und so, Green Deal etc. hin zu erneuerbaren Energien, vor allem in der EU, also politisch, ideologisch vorangetrieben. Siehst du da eine große Gefahr für den Blackout, dass das auch der Auslöser sein könnte, weil wir keine adäquaten Energiequellen haben, die belastbar sind, also grundlastfähig sind? Ja, es kommt immer darauf an, wie man das gestaltet. Wenn das systemisch gemacht wird und man eben die Struktur auch entsprechend anpasst, sprich Energiezellensystem, dezentrale, funktionale Einheiten schafft, dann ist das durchaus möglich. Wir müssen aber bei der Speichertechnologie noch einiges forschen und entwickeln, weil da haben wir noch nicht wirklich die großen Lösungen. Oder das, was da ist, vor allem Wasserstoff als großes Hype-Thema, ist halt sehr ineffizient, weil ich sehr viel Verluste auf den Umwandlungspfaden habe. Aber es gibt durchaus Ansätze da und das, was eigentlich bisher kaum kommuniziert wird, ist, wir müssen unseren Energiebedarf deutlich senken. Die Energiemengen, die wir heute einfach durch das Schlaraffenland fossiler Energie nutzen können, wird es in Zukunft nicht geben. Das wird nicht mehr möglich sein. Und daher müssen wir einfach unser Verhalten anpassen, auch technische Lösungen suchen, damit wir den Bedarf deutlich senken und einfach ein weiter wie bisher, nur mit fossiler Antrieb, elektrischer Antrieb und so weiter. Das ist einfach No-Go, weil wir Ressourcenprobleme auch haben. Und wir schon seit Jahren auf die Zukunft eigentlich die Ressourcen verbrauchen und daher muss man das ganzheitlich angehen. Das bedeutet nicht, dass das Leben schlechter wird, sondern wir wissen, mehr, mehr ist nicht unbedingt besser. Und ich glaube, da ist der große Hebel und wenn wir das nicht machen, dann wird uns die Realität halt dazu zwingen. Genau. So ist es meistens leider. Der Mensch lernt durch Krisen, der Mensch lernt durch Schaden. Seit jeher ist die Evolution der Menschheit durch Krisen geprägt, aber erst dann wird er innovativ. Erst dann ist er bereit, seine Wohlfühl-Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu beschreiten, innovativ zu werden, erfinderisch zu werden, Alternativen zu suchen. So wird es leider auch dieses Mal sein. Aber glaubst du zum Beispiel, dass die deutsche Energiewende, dass die auch eine Gefahr ist für das europäische Verbundsnetz? Also wenn jetzt die Politik ideologiegetrieben sagt, komm, wir machen jetzt die Kohle, Gas wollen sie auch abstellen, aber wir wollen jetzt erst mal Kohle raus bis 2030, Atomkraftwerke abstellen und so, könnte das, wenn kein adäquater Ersatz gefunden wird, wenn man sich auf die Partner in Europa verlässt, könnte das das Verbundsnetz in Gefahr bringen oder sagst du, nee, das kriegen wir auch noch hin? Im Prinzip ist das der Status Quo, ja. Okay, danke, das war eine deutliche Aussage. Gut, perfekt. Ja, spannend. Also auch, ich meine, ihr in Österreich seid ja besser dran wie wir. Ihr habt Wasserkraft vor allem, ne? Und dahingehend, das ist wirklich belastbar, das ist grundlastfähig. Wir haben zwar auch ein bisschen Wasserkraft, aber nicht so viel wie ihr. Und diese Grundlastfähigkeit ist halt extrem wichtig und was wir auch nicht vergessen dürfen, um erneuerbare Energien zu haben, ja, also Solarenergie, Windkraft und so weiter, brauchen wir ja auch wieder Rohstoffe, ne? Und diese Rohstoffe müssen dann auch praktisch umgewandelt werden durch viel Energie in dann diese Windräder und da braucht man auch dann meistens wieder Atomstrom oder Gas oder Kohle oder wie auch immer. Ja gut, da könnte man ein neues Thema aufmachen, komplett, wie realistisch ist das alles? Aber da müssen wir das nächste Mal drüber sprechen, Herbert, und wir werden es nochmal sprechen davon bin ich garantiert, weil es so komplex, so interessant, so spannend ist, mit dir über diese Themen zu sprechen. Aber am Schluss hätte ich noch gerne ein paar Rapid-Fire-Questions. Vorab natürlich das Erste, was viele auch interessiert, was sollte jeder daheim haben, außer natürlich jetzt Lebensmittel und ein Kurbelradio und genug zu trinken? Was gibt es noch für Top-Anschaffungen, die du empfiehlst einfach für den Notfall? Ich glaube, das ist schon das Wichtigste, Genügsamkeit, einfach sich darauf einzustellen, dass man auch mit weniger umgehen kann und vor allem auch das Handling dieser Dinge, die man hat. Und was ich auf keinen Fall empfehle, ist ein Notstramaggregat, weil das in den meisten Fällen nicht wirklich sinnvoll ist und ich habe zusätzlich eine Brandlast, ich muss das gescheit einbinden, weil sonst ist das eine Sicherheitsgefahr. Ich muss das regelmäßig warten und auch verwenden und das zahlt sich eigentlich nicht aus, außer ich habe wirklich eine medizinische Notlage, möglicherweise ohne Strom, dann vielleicht aber grundsätzlich nein. Und sonst, ja, auch ein bisschen Geld oder Tauschgegenstände ist vielleicht sogar besser, Zigaretten oder mehr Lebensmittel um zu tauschen. Whisky. Wenn ich nämlich mein Umfeld auch ein bisschen was geben kann, dann schafft das mehr Sicherheit für mich. Und die einzelnen Ausreißer, die dann halt, ja, vielleicht auf die Suche gehen und so weiter, werden sie eher an die halten, die alleine sind und nicht dann bei Gruppen vergehen. Und er schafft das einfach die Sicherheit. Sonst gibt es nicht wirklich was, was wirklich groß zu empfehlen ist. Hast du Angst vor einem Blackout? Nein, Angst habe ich nicht, aber Angst wäre immer schlecht, weil das lähmt und schafft eben keine Handlungsoptionen. Ich habe mich versucht, hoffentlich bestmöglich vorzubereiten, wobei mir klar ist, ich werde mich ärgern, dass ich es nicht besser gemacht habe. Aber allein schon die Einstellung, das ist diese psychische Ebene, einfach zu erwarten, es kann sowas passieren, es kann auch ganz was anderes kommen, aber wir werden in den nächsten Jahren einfach mehr Turbulenzen erleben, Ungewissheit erleben und wenn ich einfach da offen bin und versuche halt mit dem, was kommt, auch umzugehen, zu leben, dann glaube ich, dass man schon eine wichtige Basis hat. Ja, sehr schön, das passt auf jeden Fall. Was glaubst du, welches Land in Europa ist am besten vorbereitet für ein Blackout? Oder weltweit vielleicht sogar? Ja, weltweit, die Länder, die sowieso nichts haben, kratzt das nicht weiter. Also Südafrika hat man ja laufend Stromabschaltungen, und da ist man das gewohnt und da hat man entsprechende Vorsorge. In anderen Regionen hat man gar keinen Strom, kann man auch leben. Aber Island zum Beispiel, Island ist ja auch komplett autark eigentlich. Ja, die kennen das auch. Also, ja, ob sie versorgingstechnisch auch komplett autark sind, das glaube ich wieder nicht. Ja. Ja, und in Europa selbst, also in Österreich gibt es mittlerweile eben zahlreiche Aktivitäten, es wird aber nicht ausreichen. In der Schweiz ist es so, ist es ambivalent. Einerseits gibt es ja generell deutlich mehr Vorbereitungen, und ich war jetzt kürzlich in Thürich, wo ich dann gefragt habe, wer kann sich selbst versorgen, 14 Tage, und das habe ich noch nie gehabt, dass der ganze Saal mit 60 Leuten aufgezählt hat. Du, Herbert, die Schweizer haben auch alle einen Bunker unter ihrem Haus und eine Waffe und was weiß ich, die Schweizer sind schon speziell, also. Wobei es dann durchaus wieder andere Rückmeldungen auch gibt, dass doch nicht alles so ist, wie man glaubt. Aber ich glaube, generelle Grundeinstellung und Vorsorge ist sicher besser, wahrscheinlich auch in den skandinavischen Ländern, wo man halt nicht gewohnt ist, dass ständig alles verfügbar ist. Absolut richtig. Wo gibt es denn noch gute Informationen zu Blackout-Stromausfall, außer auf deiner Seite saurug.net, die ich jetzt, wie gesagt, auch unten verlinken werde. Gibt es noch irgendwie eine tolle Seite, die du empfiehlst, gerne auch englischsprachig oder deine Lieblingsseite? Ja, es gibt in Deutschland auch den Outdoor-Kimm-Gau, der Stefan, der das auch sehr umfangreich aufbereitet, Informationen bereitet, im YouTube-Kanal hat. Es gibt auch in Österreich den Thomas-Strom, Ausfall-Info, der auch da verschiedene Aspekte anspricht. Gibt es ein Buch, das du empfiehlst noch? Gibt es da was? Ein Buch oder so was? Ja, du hast es schon genannt, Blackout. Das ist sicher schwer empfehlenswert. Es gibt auch zwei Kinderbücher, die auch auf meiner Homepage beziehungsweise auf der Seite der Gesellschaft für Krisenvorsorge verfügbar sind, wo er im Kinderbuchautor versucht hat, das für ein bisschen Größere und Kleinere eben zu vermitteln. Und da habe ich erst kürzlich eine Rückmeldung bekommen von einem Verantwortlichen in der kritischen Infrastruktur. Er hat gesagt, schon technisch haben sie alles gemacht, aber wie er das Buch seiner Tochter vorgelesen hat, ist bei ihm der Knopf aufgegangen, dass er nämlich auf sich selbst vergessen hat. Und auch auf die Mitarbeiter. Und daher ist das durchaus auch gut geeignet, um vielleicht das Nachdenken ein bisschen anzuregen, weil es sehr einfach mal dargestellt ist und dass man einfach Vorsorge sinnvollerweise betreibt. Schick mir bitte da den Link, dann würde ich es gerne verlinken auf jeden Fall. Gut, jetzt die letzte Frage, hat es nichts mit Blackout zu tun und Vorsorge, sondern was ganz anderem, nämlich was ist für Herbert Sauruck der Sinn des Lebens? Gotcha. Ja, meine Rolle ist einfach, zum Gelingen des gesellschaftlichen Lebens beizutragen, weil wir ja sicher in der sichersten und besten Zeit weil Leben, die es jemals gab und ich glaube, wir unterschätzen das einfach, dass man da auch was beitragen muss und dass das nicht naturgegeben ist. Sehr schön. Und das ist mein Sinn dazu. Super. Nee, das ist ein sehr schönes Schlusswort, tatsächlich nicht sozusagen nur auf sich zu gucken, sondern auch was der Gemeinschaft zurückzugeben, so sehe ich es auch. Da glaube ich immer noch an Karma, tue Gutes, sie wieder fährt Gutes, Fußstapfen zu hinterlassen, dazu beizutragen, dass es für unsere Kinder und Kindeskinder auch noch lebenswert ist auf diesem Planeten, kann jeder was machen, kann jeden Tag anfangen, es gibt keine Ausreden und ich danke dir auf jeden Fall für die unglaublich vielen Informationen, für das sehr kurzweilige Gespräch, also tausend Dank, ich hoffe, du kommst nochmals, wäre schön, würde mich freuen. Gerne. Und ihr lieben Zuschauer, ich hoffe, ihr fandt es genauso faszinierend und informativ wie ich, ich habe unglaublich viel rausgezogen, es ist immer so beeindruckend, was für tolle Menschen da draußen sind, die sich dann mit einem Thema wirklich beschäftigen und ihr Wissen auch dann kostenfrei weitergeben, schaut auf seine Seite vom Herbert auf jeden Fall, ich werde, wie gesagt, unten viele wichtige Links verlinken, da könnt ihr dann mal euch weiter informieren, ich freue mich über euer Abo natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr den Newsletter abonniert, wenn ihr den Podcast natürlich auch noch abonniert, weil dann könnt ihr es auch auf dem Ohr hören, in unser Gespräch und müsst uns nicht ertragen mit unseren Visagen, ohne Bild, nur Ton und natürlich, wenn ihr das Video weiter empfehlt und dahingehend wünsche ich euch alles Liebe, Herbert, dir auf jeden Fall tausend Dank, bleibt gesund, bleibt tapfer und euch alles Liebe, denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben, herzlichst, euer Marc, Tschüss. Weihnachten rückt immer schneller näher und ihr habt noch kein Weihnachtsgeschenk, dann kann ich euch helfen, ich kann Abhilfe schaffen, nämlich mit meinem sechsten Bestseller die größte Chance aller Zeiten. Die könnt ihr gerne bestellen bei mir im Webshop unter mark-friedrich.de für eure Liebsten mit maximalem Mehrwert, mit interessanten Kapiteln, vielen Informationen, die nützlich und die essentiell sind für die kommende Zeit der Inflation, der Niedrigzinsphase, der Enteignung. Gerne mit persönlicher Widmung für Nachbarn, Freunde, Bekannte, Frau, Kind, Hund, wie auch immer, also gerne vorbeischauen, auch gerne mit persönlichen Weihnachtswünschen oder für Neujahrswünsche gar kein Problem, als Hörbuch oder natürlich als Hardcover. Wenn es sich gefällt, der Brennwert ist gut, deutsches Papier. Unabhängig davon, es gibt auch alle anderen fünf Bücher noch zusätzlich bei mir im Webshop, auch die kann man natürlich bestellen. Es gibt ein Special zu Weihnachten, ein Bundle sozusagen mit allen Hörbüchern oder allen Büchern zu einem Perfekt-Schwabenpreis mit Schwabenrabatt sozusagen. Also schaut rein, ich freue mich, bleibt tapfer, bleibt gesund, herzlichst, mag.